Herzlich willkommen zu einem neuen Vulkan Tutorial. Im letzten Part hatten wir im Endeffekt diese normalen Vektoren hier eingebaut, sodass wir jetzt hier ein bisschen mehr sehen. Allerdings sehen wir auch so ein paar Dinge, die ein bisschen aussehen wie Rendering-Bugs und generell sieht es noch so ein bisschen komisch aus. Und ja, darum soll es heute gehen, beziehungsweise werden heute noch nicht wirklich die Bugs beheben, sondern was ich tatsächlich zunächst mal machen möchte, ist, dass wir das Modell so ein bisschen bewegen, dass wir hier die Probleme, die wir haben, überhaupt ein bisschen besser sehen und generell die 3D-Perspektive, die wir hier zwar so ein bisschen drin haben, ja noch ein bisschen besser hier reinbekommen. Das heißt, das Endziel ist eigentlich, dass wir hier dieses Modell einfach mal ein bisschen um die eigene Achse drehen. Und damit haben wir tatsächlich schon einiges vor. Dazu möchte ich ganz kurz ausholen, wie das hier funktioniert in Vulkan und generell eigentlich in 3D-Spielen allerdings nicht zu viel. Also wir werden jetzt nicht sonderlich viel in Theorie oder so und sonst was reingehen, sondern ich werde es hier nur ganz kurz beschreiben. Das heißt, falls dich das weiter interessiert, dann müsstest du dir das am besten selbst beibringen und noch ein bisschen weiter dir das anschauen. Da gibt es online auch einige Ressourcen zu. Aber genau, was im Endeffekt gemacht wird, ist, die Grafikkarte hat ganz am Ende ein Normalized Device Space oder NDC, Coordinate Space steht das, glaube ich, hinten. und im Endeffekt ist der ein bisschen abhängig von der 3D-API tatsächlich, aber hier im Vulkanfall geht das von minus 1 bis 1 auf der x-Achse, von minus 1 bis 1 auf der y-Achse und von 0 bis 1 auf der z-Achse. Das hast du vielleicht schon ein bisschen gesehen, als wir beispielsweise unser erstes Dreieck erstellt hatten oder auch hier den Vertex-Buffer mit unserem Rechteck. Da hatten wir hier die Koordinaten im Endeffekt eigentlich in diesem NDC angegeben. Also hier 0,5 war also quasi halb links, wenn man so will. Also 1 wäre dann halb rechts natürlich. 1 wäre ganz rechts und minus 1 ist eben ganz links und minus 0,5 ist quasi halb links. Also genau, der Koordinaten Space ist eben von minus 1 bis 1 auf x und y und von 0 bis 1 auf der z-Achse. Wir wollen aber normalerweise natürlich 3D-Welten darstellen in einem 3D-Spiel und man kann tatsächlich in der Mathematik relativ angenehm zwischen solchen Koordinatensystemen wechseln und zwar immer mit einer sogenannten Matrix. Das heißt, wenn ich einen Vektor mit einer speziellen Matrix multipliziere, dann bekomme ich einen neuen Vektor raus und wenn diese Matrix eben quasi von einem Koordinatensystem ins andere transferiert, dann ist eben der Vektor dann von einem Koordinatensystem ins andere transferiert worden. und genau das machen wir im Endeffekt auch hier dann im Shader beziehungsweise auf der Grafikkarte. Das heißt, wir gehen hier in den Vertex-Buffer rein und hier hat man bisher ja einfach die Position direkt weitergegeben. Allerdings noch mit der W-Koordinate, auf die komme ich gleich auch zu sprechen. Was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist tatsächlich hier eine Matrix hinzufügen. Das hat dann einfach den Typ Mat4, das heißt, das ist eine 4x4-Matrix und die nenne ich jetzt einfach mal Model View Proch. Warum ich die genau so nenne, wird auch später noch klar werden, hoffe ich. Ja, aber erstmal nennen wir die so und was wir dann tatsächlich machen hier unten, ist, dass wir entsprechend diesen Vektor mit dieser Matrix zu multiplizieren. Und zwar in dieser Reihenfolge, also quasi Matrix mal Vektor. Das ist einfach die Art und Weise, wie man das hier in GLSL machen muss. Und damit bekommen wir dann entsprechend die finale Position mit dieser Matrix im Endeffekt multipliziert. Und damit können wir eben eine ganze Menge Effekte machen und das werde ich dir auch gleich zeigen, wie das genau funktioniert. Das Problem ist jetzt nur, wir müssen diese Matrix natürlich von irgendwo bekommen und das können wir am besten natürlich von der CPU-Seite machen, dass die CPU quasi entscheidet, wie die Matrix aussehen soll und wir dann hier auf der GPU-Seite das Ganze nur anwenden. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man die reinfügen kann. Ich werde jetzt hier, weil ich nicht allzu viel Zeit damit verschwenden will, sage ich mal in Anführungszeichen, werden wir das Ganze als Push-Konstante reinbekommen. Das geht folgendermaßen, wir geben hier Layout in Klammern Push-Constant an und dann hier Uniform und da müssen wir den ganzen Namen geben, zum Beispiel Push-Constants. Grundsätzlich könnten es nämlich auch mehrere sein. Und hier hinten müssen wir nochmal einen Namen angeben, das nenne ich jetzt U-Push-Constants und hier drin geben wir jetzt unsere MAT4 an, das ist dann die Model-View-Projection. Und hier können wir dann entsprechend, da unten können wir dann sagen, okay, U-Push-Constants, Model-View-Projection ist gleich unserer Model-View-Projection-Matrix. Genau, das heißt, wir machen eigentlich nicht mehr als zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Push-Konstante und da hätten wir gerne eine Matrix. Das ist allerdings nicht die Art und Weise, wie man das später machen sollte. Der Grund dafür ist, naja, die Push-Konstanten sind tatsächlich Vulkan-Feature im Endeffekt, was es uns ermöglicht, ziemlich einfach Daten an den Shader zu senden. Allerdings ist das ziemlich limitiert in der Speichermenge. Das heißt, ich glaube, offiziell ist ein Minimum vor, ich glaube, 128 Bytes muss supportet werden. Das gibt Vulkan vor, aber mehr auch nicht. Vielleicht waren es auch 256, ich glaube, es waren sogar nur 128 tatsächlich. Für die Matrix reicht es natürlich, die eine Matrix ist 64 Byte jetzt groß, weil es sind 4x4, also 16 Einträge mit 4 Bytes jeweils, also 64 Bytes. Das heißt, das reicht schon vom Platz, das ist nicht das Problem, aber es ist tatsächlich unter Umständen auf einigen Grafikkarten und einigen Grafiktreibern nicht so performant, wenn man viele Daten in die Push-Konstante reinmacht. Das heißt, üblicherweise ist sowas wie 16 Byte eher so das Limit, an das man sich halten will und mehr sollte man da nicht unbedingt machen. Am besten sogar noch ein bisschen weniger, eher sowas wie 8 bis 12 Byte oder so. Also eigentlich sendet man da, wenn, irgendwie mal einen Index in irgendein Array oder so mit, aber mehr halt auch nicht. Das heißt, das ist nicht optimal, was wir hier machen, aber für unsere Fälle reicht es, weil das Ganze relativ angenehm tatsächlich zu verwenden ist. Was wir also jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt hier in die Vulcan-Pipeline reingehen und müssen das Ganze auch noch irgendwie angeben. Und zwar geht das Ganze hier im Layout. Wir haben ja schon unsere Descriptor-Sets und jetzt haben wir eben hier noch eine neue Variante und das sind eben hier die Push-Constant-Ranges. Man sieht hier schon Push-Constant-Ranges, also man kann grundsätzlich mehrere angeben. Das werde ich hier aber erstmal ignorieren. Also wir haben auch hier unten den Count. Stattdessen werde ich sagen, okay, wir geben hier einen Zeiger rein auch wieder, wenn man die Pipeline erstellt. Und abhängig davon, ob der Zeiger 0 ist oder nicht, wollen wir eben Push-Constants haben oder nicht. Das heißt, wir machen hier einen Pointer-Push-Constant, den wir eben reinbekommen als Parameter und wenn der gegeben ist, wenn er gesetzt ist, geben wir 1 an als Count und ansonsten geben wir 0 an. Und dann können wir hier bei Push-Constant-Ranges können wir einfach direkt einen Push-Constant angeben. Vom Typ her ist das eine VK-Push-Constant-Range und das können wir dann hier hinten direkt anfügen. Das heißt, wir gehen hier VK-Push-Constant-Range und das ist dann ein Zeiger und heißt Push-Constant. Das Ganze also hier einmal kurz kopiert, weil das müssen wir jetzt natürlich in Vulcan-Base auch einmal machen, anpassen, damit das Ganze hier funktioniert. Das ist also hier. So, gut. Das sollte soweit auch schon passen. Model müssen wir diesmal eigentlich nicht anschauen. Und dann geben wir in Main zurück, weil jetzt müssen wir das natürlich beim Erstellen der Pipelines auch mit angeben. Hier oben, das war unsere alte Pipeline mit dem Text-Short-Rectangle. Das heißt, hier können wir einfach 0 angeben. Und hier hinten haben wir jetzt eine Push-Constant-Range, die wir tatsächlich auch ausfüllen wollen im Endeffekt. Und da müssen wir entsprechend das Ganze angeben. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hin, nachdem wir das Vertex-Input-Binding erstellt haben und erstellen hier VK-Push-Constant-Range. Und das Ganze nennen wir hier einfach nur Push-Constant. Das initialisieren wir hier auf 0. Tatsächlich müssen wir hier keinen Structure-Type angeben. Und was wir dann machen, ist hier, ja, müssen wir drei Dinge nur ausfüllen. Das eine ist der Offset. Denn in der Regel ist es so, an den Shader wird quasi eine Range oder mehrere Ranges gesendet. Und das beschreibt eigentlich auch nur Größen im Speicher sozusagen. In dem Fall müssen wir sagen, in welchen Offset das Ganze gebunden werden soll. Wir haben hier in unserem Shader kein Offset definiert. Das heißt, der Offset ist standardmäßig 0. Deswegen auch hier entsprechend 0 als Offset angegeben. Und was wir dann entsprechend noch haben, ist die Größe des Ganzen. Und hier müssen wir jetzt entsprechend eine Matrix gleich reinsenden. Und da ist die Frage, okay, was für ein Typ ist das Ganze? Und generell, naja, wie können wir überhaupt hier auch im CPU-Code Matrizen und so weiter angeben? Und dafür werden wir tatsächlich eine Bibliothek nehmen. Das nennt sich GLM. Das steht eigentlich für OpenGL Math. Also eine Mathe-Bibliothek, die eigentlich für OpenGL erstellt wurde. Aber man kann die auch ohne Probleme für Vulkan verwenden. Mit ganz kleinen Anpassungen, aber wirklich keinen großen. Und genau, entsprechend will ich das hier verwenden. Und ja, der Vorteil ist einfach, ne, die Mathematik hinter dem Ganzen bleibt in der Regel gleich. Das heißt, man muss nicht viel ändern zwischen den, ja, zwischen den einzelnen 3D-APIs. Von dem her kann man da ohne Probleme GLM verwenden. Und GLM ist tatsächlich, sieht eigentlich fast genauso aus, wie wenn wir in GLSL-Matrizen verwenden und so weiter. Das heißt, das ist einfach dann der Typ GLM-MAT4. Also generell ist das Ziel von GLM eigentlich, dass es fast, dass der Mathe-Code genau gleich aussieht wie im Shader im Endeffekt. Genau. Und was wir dann noch angeben müssen, als letztes, sind die Stage-Flags. Das heißt, es gibt an, in welchen Stages wird diese Range an Push-Constants verwendet. In unserem Fall ist das also VK-Shader-Stage-Vertex-Abit. So, dann können wir entsprechend auch hier hinten die Push-Constant, beziehungsweise einen Zeiger da drauf, mit reingeben. Jetzt müssen wir aber natürlich zunächst einmal auch noch die Bibliothek hinzufügen. Das ist also GLM. Gibt es hier auch auf GitHub. Die G-Truck-GLM ist die offizielle Variante hier. Und dann, ja, klonen wir das einfach mal, beziehungsweise fügen das wieder als Submodul hinzu. Das heißt, hier einmal zurück in Libs. Git-Submodul-Add und dann entsprechend die Bibliothek. Dauert einen kleinen Moment, ist tatsächlich einen Tick größer, ist aber auch eine Header-Only-Library tatsächlich. Nur nicht Single-Header. Ja, genau. Aber ansonsten passt das alles. Gut, das sollte also auch schon hinzugefügt sein. Ich gehe wieder hier in unser BIN-Directory zurück. Sollte aber, glaube ich, eigentlich egal sein. Und dann würde ich sagen, inkludieren wir die tatsächlich mal. Machen wir das nach SDB-Image. Und genau, was wir hier inkluden müssen, man kann ja grundsätzlich eine ganze Menge verschiedene Dinge inkluden, je nachdem, was man braucht. Was ich hier jetzt einfach mal machen werde, ist GLM, dann EXT, dann MATRIX. transform.hpp. Das sollte tatsächlich eigentlich schon ausreichen für das, was wir brauchen, zumindest für den Moment. Und was wir jetzt noch definieren, ist, um im Endeffekt, ja, GLM zu sagen, dass wir ein Koordinatenspace von 0 bis 1 in der Z-Koordinate haben. Denn in OpenGL war es tatsächlich so, dass das Koordinatenspace auch auf der Z-Achse von minus 1 bis 1 geht. Da war es also wirklich ein Würfel, kann man sagen, der NDC-Space. Weil eben sowohl X- als auch Y- als auch Z-Achse immer von minus 1 bis 1 gingen. In Vulkan ist es aber nur ein Halbwürfel, wie gesagt, Z geht nur von 0 bis 1, was tatsächlich Vorteile bietet in der Precision und so weiter. Deswegen wurde das in Vulkan so gemacht. Aber da GLM eben eigentlich für OpenGL ist, müssen wir was angeben. Und zwar GLM unterstrich Force Depth 0 to 1. Ja, ist eigentlich, uch, nur hier natürlich GLM. Genau, ist eigentlich relativ selbsterklärend hier das Makro. Und genau, das geben wir an, bevor wir natürlich hier das Ganze inkludieren. Was wir auch noch ganz kurz machen, ist tatsächlich hier dasselbe. Auch die Matrix-Tense-Form, allerdings nicht von X, sondern von GTC, die können wir, glaube ich, auch noch gebrauchen. Tatsächlich, das Define für den Code, den wir gleich schreiben werden, ist das, glaube ich, gar nicht zwingend nötig. Aber generell schadet es eigentlich nicht, das Ganze hier anzugeben, wenn man mit Vulkan arbeitet und GLM. Genau, haben wir also das. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, da müsste jetzt eigentlich da unten, wenn ich mal ganz kurz schaue, genau, also beschwert sich nicht mehr. Das heißt, GLM-MAT4 hat er jetzt auch gefunden. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Sache machen. Und zwar, bevor wir rendern, müssen wir jetzt natürlich auch noch diese Push-Konstante irgendwie setzen. Und genau, dazu müssen wir eben hier in den Render-Code reingehen und müssen da einmal, ja, einen neuen Befehl verwenden tatsächlich. Und zwar machen wir das streng genommen, egal, die Pipeline sollte auf jeden Fall schon gebunden sein. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal hier und rufen wir VK-CMD-Push-Constants auf. Braucht einerseits den Command-Buffer und als nächstes braucht es die Pipeline bzw. das Pipeline-Layout. Und dann müssen wir eben wieder sagen, welche Shader-Stages, in dem Fall eben nur Vertex-Bit, weil wir die Push-Constants eben nur im Vertex-Shader verwenden. Auch hier nochmal ein Offset und die Size. In dem Fall also Size of, ja, im Endeffekt eigentlich in der GLM-MAT4. Auch wieder. Und dann müssen wir jetzt einen Zeiger auf den eigentlichen Wert geben. Und deswegen will ich hier einfach mal direkt die Matrix angeben oder erstellen. Das heißt, wir haben eine GLM-MAT4 und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal, ja, Model-View-Protch. Für Projection steht das Ganze. Also das Protsch hinten. Und dann würde ich mal sagen, wir machen hier einfach eine GLM-MAT4 und als Input geben wir 1.0f. Das bedeutet, dass wir machen eine Float-basierte Matrix. Und wenn wir hier 1.0f angeben, heißt das, wir wollen die Standard- oder die Einheitsmatrix erstellen. Und diese hat immer in der Diagonalen Einsen und ansonsten immer Nullen. Und wenn man entsprechend einen Vektor mit dieser Matrix multipliziert, dann passiert genau gar nichts. Das heißt, wir sollten gleich genau dasselbe Ergebnis sehen. Was ich mal ganz kurz noch mache, ich mache hier Size-Off von der Model-View-Projection. Ist aber eigentlich egal. Genau. Das sollte in der Theorie ausreichen, damit wir denselben Stand haben wie vorher, aber jetzt grundsätzlich Push-Konstanten haben. Und da entsprechend die Matrix angeben. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir sehen hier, selbes Bild wie vorher. Und wir haben auch keine Validation-Errors. Sehr gut. Dann können wir jetzt also wirklich starten. Und eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch in dieser Folge machen werden, ist hier ein bisschen mit Matrizen rumspielen und rumprogrammieren und rumbasteln. So. Generell ist es so, wir haben in einem Spiel eigentlich immer irgendeine virtuelle Szene. Irgendeine virtuelle 3D-Szene. Ihr könnt es auch einfach eure Welt nennen. Und jedes Modell hat nochmal ein eigenes Koordinatensystem. In der Regel oder häufig ist das Modell einfach beispielsweise um die, quasi um den Ursprung, also ist quasi direkt am Ursprung definiert. Also wenn ihr irgendwo in der Anwendung, im Blender beispielsweise, ein Modell erstellt, dann hängt das normalerweise nicht irgendwo im Nirvana rum, sondern in der Regel baut ihr das direkt eigentlich am Ursprungspunkt, also am Punkt 0, 0, 0 drumherum sozusagen auf. Das heißt, wenn man um diesen Punkt dreht, dann dreht sich das Modell auch so ein bisschen um sich selbst im Endeffekt. Allerdings wollen wir natürlich die Modelle irgendwie in dieser Welt, in dieser virtuellen Welt dann platzieren, wenn wir die dann nutzen. Das heißt, wir müssen eigentlich von diesem lokalen System, von diesem lokalen Koordinatensystem von unserem Modell, in unserem Fall unserem Affen, müssen wir irgendwie in das globale System gehen. Ja, in das globale System, in dem quasi die ganze Spielwelt stattfindet, sage ich mal. Und dafür gibt es eine spezielle Matrix, die nennt man in der Regel Model Matrix. Und die wollen wir entsprechend, ja, aufsetzen, sage ich mal. Das heißt, was wir machen, ist, wir stellen nochmal eine Matrix. Generell, ich mache alles relativ explizit. Ich hoffe, dass man es damit am ehesten nachvollziehen kann. Und auch die mache ich hier einfach zunächst mal noch auf die Einheitsmatrix. Denn generell wollen wir verschiedene Dinge machen mit unserer Model Matrix. Wir wollen natürlich andererseits das Modell irgendwie verschieben an die Stelle, wo es sein soll. Aber vielleicht wollen wir es auch noch drehen, skalieren, lauter solche Sachen. Und tatsächlich ist da immer die Reihenfolge wichtig. Generell bei den ganzen Matrix-Multiplikationen, die wir gleich machen, ist tatsächlich die Reihenfolge richtig. Das heißt, wenn wir hier irgendwie eine Matrix A und eine Matrix B haben und die miteinander multiplizieren, ist das nicht das Gleiche, wie wenn wir hier dieselbe Matrix B mal Matrix A machen. Also das hier, also das stimmt im Endeffekt, weil ich hier ungleich geschrieben habe. Also das ist eben wichtig zu merken. A mal B bei Matrizen ist nicht gleich B mal A. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir das angeben, ist immer tatsächlich wichtig. Und deswegen, ja, fangen wir einfach mal an. Beziehungsweise die erste Frage, falls Leute von euch hier schon ein bisschen vertrauter sind mit der Mathematik dahinter. Wollen Sie sich vielleicht, wie man überhaupt Modelle verschieben kann? Weil Rotation und Skalierung geht meines Wissens auch noch, ja, Skalierung sollte auch noch gehen. Aber, was tatsächlich nicht ohne weiteres geht, ist eine Verschiebung. Das geht mit dreidimensionalen Matrizen für dreidimensionale Punkte nicht. Deswegen haben wir eben hier diese vierte Dimension. Und das ist aber auch nicht irgendeine vierte Dimension, sondern die wird ganz speziell definiert, damit wir eben Dinge verschieben können. Und zwar geben wir für unsere Vektoren, setzen wir im Endeffekt die vierte Koordinate immer auf 1. Beziehungsweise, wenn ich ganz exakt sein will, für Punkte, aber das hier ist ja im Endeffekt ein Punkt für uns, setzen wir diese Koordinate immer auf 1. Und dann, wenn wir entsprechend diese Position weitergeben an die Grafikkarte, dann teilt die den dreidimensionalen Vektor, den wir hier haben, immer durch diese vierte Komponente. Das heißt, es wird im Endeffekt immer quasi Position XYZ durch Position W gerechnet. Und damit kriegen wir dann entsprechend unsere finale, oder die Grafikkarte kriegt damit die finale Position. Und das ist tatsächlich für eine ganze Reihe an Dingen wichtig, unter anderem auch für die Bewegung tatsächlich von Objekten. Ich will jetzt nicht zu genau darauf eingehen, aber im Endeffekt dadurch, dass wir wissen, dass hier immer die Koordinate 1 ist, kann man entsprechend dann mit der vierten Achse auch Verschiebungen tatsächlich realisieren. Das geht tatsächlich ganz gut, weil man eben hier immer einen bekannten Wert hat. Aber genau, so viel dazu. Nur damit ihr euch nicht komplett wundert, warum wir eine vierte Dimension haben und so weiter. Das ist eben dafür wichtig. Aber nach dem Vertex Shader wird die Grafikkarte das Ganze wieder in dreidimensionale Koordinaten umwandeln. Wie gesagt, indem sie dann durch die W-Achse hier, die W-Koordinate teilt. Genau, und so werden auch dann Verschiebungen tatsächlich möglich. Das heißt, was wir machen ist, wir müssen erstmal, oder was ich hier an der Stelle mache, ich werde hier das Ganze erstmal ein bisschen aufdröseln. Weil wie gesagt, auch mit Verschieben und Rotieren und Skalieren, die Reihenfolge ist tatsächlich entscheidend. Was ich also hier erstmal mache, ist eine sogenannte Translation Matrix, also eine Verschiebungsmatrix sozusagen. Und hier können wir eben GLM and Translate einfach verwenden. Und hier müssen wir zwei Dinge angeben. Generell ist es immer so, dass man, GLM ist so aufgebaut, dass man die Matrizen quasi hintereinander schalten kann. Wir werden das hier jetzt an der Stelle nicht nutzen, aber grundsätzlich ist das so. Deswegen müssen wir hier immer eine Input Matrix auch angeben. In dem Fall werde ich einfach immer die Einheitsmatrix verwenden und hier natürlich Mat4. Und was wir dann hier hinten angeben, ist nochmal zusätzlich ein VEC3. Und hier müssen wir dann einfach angeben, ja, wohin wollen wir verschieben. Das heißt, wenn wir jetzt hier 0 angeben, dann würden wir entsprechend gar nicht verschieben. Wenn ich jetzt aber beispielsweise hier 0,5 angebe, dann verschieben wir unser Modell eben auf der Y-Achse. Das heißt, nach oben. Oder, ja, können wir eigentlich gleich mal testen. Wenn ich hier zum Beispiel mal, ja, sagen wir mal 0,2, können wir gleich testen, sollten wir da entsprechend sehen. Genauso haben wir zusätzlich auch noch, ich mache hier einfach mal alle Modellmatrizen quasi, die man so haben kann. Eine Scale Matrix. Das würde einfach GLM Scale verwenden. Und man kann hier tatsächlich, also hier auch wieder Mat4 als Input. Und dann kann man hier hinten tatsächlich ein VEC3 angeben. Das heißt, man kann hier auch verschieden skalieren auf den verschiedenen Achsen. Ich werde mich hier jetzt aber einfach mal mit einer Standardskalierung, also quasi Skalierung von 1, also keine Skalierung im Endeffekt, entscheiden. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Rotation. Also Rotation Matrix ist gleich GLM Rotate, GLM Mat4, auch wieder hier als Input. Auch wieder hier mit 1 initialisiert. Und hier können wir dann entsprechend, oder müssen wir erstmal einen Winkel angeben. Also wie viel soll rotiert werden. Hier machen wir auch erstmal noch 0, wir machen erstmal noch keine Rotation. Und dann gehen wir noch an, um welche Achse wir rotieren wollen. Da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir später, noch machen wir das ja nicht, wir haben ja noch einen Winkel von 0, aber dass wir später einfach um die Y-Achse rotieren. Deswegen hier entsprechend 1, 2, Y und der Rest ist 0. Und unsere Model Matrix, die können wir jetzt mit Hilfe dieser drei Untermatrizen erstellen. Das heißt, wir rechnen hier zuerst die Translation Matrix mal die Scale Matrix und dann mal die Rotation Matrix. Das sollte dann entsprechend das erwartete Ergebnis liefern, sage ich mal so. Wenn man das vertauschen würde, beispielsweise die Rotation Matrix zuerst und dann die Translation, dann würde man tatsächlich um einen Punkt drumherum rotieren und nicht um das Modell an sich. Da könnt ihr auch gerne ein bisschen rumprobieren und einfach mal, um ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, sage ich mal, was so wie funktioniert. Was wir jetzt hier machen, ist, wir setzen einfach die Model View Projection auf unsere Model Matrix. Was View und Projection sind, dazu kommen wir später noch. So, jetzt starte ich mal das Ganze und wir haben jetzt hier eine kleine Translation. Das heißt, genau, aktuell ist es jetzt ein bisschen nach unten gesetzt worden, das Modell. Warum geht es nach unten, obwohl wir hier eine positive Zahl angeben? Naja, das liegt tatsächlich daran, dass in Vulkan hier standardmäßig die Y-Achse von oben nach unten geht. Das heißt, wir haben hier oben minus 1 und hier unten 1. Das ist ein bisschen nervig, mag ich nicht ganz so gerne. Auch das hat aber Gründe, sage ich mal. Und zwar, normalerweise, wenn man so ein Bild angibt, quasi im Speicher, dann geht man ja auch immer von oben nach unten tatsächlich. Also so ein Array, wenn man das jetzt als Array ansehen würde, würde man eben das normalerweise auch immer von oben nach unten füllen. Oder der Speicher würde einfach von oben nach unten gehen. Deswegen kann man schon argumentieren, dass die Y-Achse nach unten geht. Aber wie gesagt, genau deswegen geht es eben hier nach unten und nicht nach oben, wie man vielleicht zunächst erwarten könnte. Als nächstes wollen wir uns entsprechend noch die Projektionsmatrix anschauen. Die Viewmatrix wird noch nicht kommen. Die Viewmatrix modelliert im Endeffekt unsere Kamera in der 3D-Szene, weil aktuell mit dieser Modelmatrix hier verschieben wir unser Modell in eine 3D-Welt im Endeffekt, die wir auch eigentlich komplett selbst definieren können. Zusätzlich haben wir aber in der Regel noch eine Kamera, die sich in der 3D-Welt herumbewegt. Und im Endeffekt wollen wir immer aus der Sicht der Kamera rendern. Das heißt, unter Umständen müssen wir dann unsere Welt, die wir haben, in den Space der Kamera verschieben. Das macht die Viewmatrix, aber wie gesagt, die schauen wir uns diesmal noch nicht an. Das kommt, wenn wir eine Kamera implementieren. Wird auch nicht mehr allzu lang gehen, vermute ich mal. Was wir jetzt noch machen wollen, ist eben die sogenannte Projectionmatrix. Also hier GLM-MAT4 und dann nenne ich die einfach mal Projection. Und hier gibt es tatsächlich verschiedene Varianten, beziehungsweise generell gibt es eigentlich zwei Primärvarianten, die man so nutzt. Das eine ist eine sogenannte orthogonale Projektion. Das ist eigentlich das, was wir bisher auch schon gemacht haben und das, was man in 2D-Spielen hat. Das heißt, Dinge, die weiter weg sind, sehen trotzdem gleich groß aus. Das heißt, egal, wo sich ein Objekt auf der Z-Achse befindet, ist es immer gleich groß. Bei 2D-Spielen beispielsweise nutzt man die Z-Achse höchstens, um irgendwelche Dinge zu sortieren oder so. Das heißt, das eine soll vor dem anderen gezeichnet werden, aber es wird nicht kleiner oder größer, wenn was nach hinten oder vorne geht. Das wäre dann nämlich tatsächlich die perspektivische Projektion. Und auch in 3D-Spielen braucht man tatsächlich immer mal wieder eine orthogonale Projektion, beispielsweise wenn man UI-Elemente beispielsweise zeichnet, Text oder sonst irgendwas. Da will man in der Regel nicht, dass es kleiner wird, wenn es quasi weiter hinten auf der Z-Achse ist, sondern da möchte man, dass es immer gleich groß ist. Erstellen kann man sowas einfach mit glm.doppelpunkt.orto. Und hier gibt man entsprechend so ein paar Dinge an. Das heißt, man gibt an, okay, was ist der linke Punkt, was ist der rechte Punkt in unserer Szene. Man könnte jetzt beispielsweise einfach sagen, okay, es soll von minus 1 bis 1 gehen, so wie das im NDC ist. Man könnte aber beispielsweise auch sagen, okay, wir wollen jetzt, dass es von 0 und dann bis zur Swapchain-Breite geht. Und genau dasselbe dann auch für die Höhe. Und warum man das macht, liegt einfach daran, dass man oft, wenn man UI-Elemente und ähnliches zeichnet, möchte man oft in Pixeln arbeiten. Das heißt, man möchte sagen, okay, ich möchte jetzt etwas zeichnen, das ist 100 mal 100 Pixel und soll bitte an Position 10, 10 in Pixelkoordinaten sein. Und dann braucht man eben hier eine orthogonale Projektion, die entsprechend hier diese Pixelkoordinaten verwendet als Größe. Und das heißt, wir würden das auch dann auf der Y-Achse wohl machen. Das heißt, wir hätten hier dann 0 und hätten dann Swapchain-Height als Höhe. Und dann können wir auch noch die Z-Koordinate angeben, wie groß die sein soll. Im Endeffekt beschreibt das einfach nur, welcher Bereich gezeichnet werden soll. Alles, was vorne hier oder hinter Far liegt, wird nicht gezeichnet. Und da könnte man sagen, okay, wir wollen jetzt alles zwischen 0 und 1 zeichnen. Wir könnten aber auch sagen, wir wollen alles zwischen 0 und 1.000 zeichnen. Das ist eigentlich alles relativ Wurst. Das kann man tatsächlich machen, wie man will. Wie gesagt, ändert auch nichts an der Größe von Elementen und sonst irgendwas. Genau, aber so haben wir dann tatsächlich unsere orthogonale Projektion. Der hier kann sich, ja, der stört sich daran, dass wir hier das Ganze in Float casten müssen, weil wir entsprechend immer Floats als Parameter haben. Und so würde das Ganze jetzt tatsächlich normal aussehen. Wenn ich das starte, sehen wir vermutlich sehr, sehr wenig. Wir können es mal ganz kurz ausprobieren. Ach so, doch, wir sehen natürlich ganz normal, weil wir die Projektionsmatrix noch nicht verrechnen. Das heißt, hier gehen wir einfach hin und sagen Projektion mal Model Matrix. Und, genau, jetzt sehen wir aber wahrscheinlich nichts, weil es viel zu klein ist. Wir könnten versuchen, wir haben hier unsere Scale Matrix, wenn wir das jetzt beispielsweise mal richtig hoch skalieren, könnte es sein, dass wir was sehen. Aber, ja, will ich jetzt nichts versprechen. Das wäre eher was, ja, nee, wir sehen nichts. Das wäre eher was, was wir mal ausprobieren tatsächlich, wann anders, mit unserem Rechteck, was wir oben haben. Ja, genau. Aber, was ich hier stattdessen viel lieber machen möchte tatsächlich, ist, dass wir nicht hier eine orthogonale Projektion machen, sondern wir wollten ja im Endeffekt eigentlich hier 3D machen. Das heißt, was wir nehmen, ist eine sogenannte perspektivische Projektion. Also immer noch Projection, aber hier nutzen wir jetzt entsprechend einen anderen Typ. Und es gibt tatsächlich hier von GLM auch, ja, einfach die Möglichkeit, hier Perspective anzugeben. Und hier muss man ein paar Dinge sagen, beispielsweise der Field of View, den Aspect Ratio und dann tatsächlich auch den Z-Bereich wieder, so wie wir das auch schon bei der orthogonalen Projektion hatten. Hier gibt es zwar einen sehr wichtigen Unterschied, und zwar, wie die perspektivische Projektion eigentlich auch schon im Namen trägt, soll das Ganze eher eben perspektivisch sein. Das heißt, Dinge, die näher an der Kamera sind, werden größer gezeichnet, und Dinge, die weiter weg sind, werden kleiner gezeichnet. Und das wird eben gemacht, indem man später quasi diesen Wert hier anpasst, hier, diesen W, also die W-Koordinate, die W-Achse im Endeffekt anpasst. Und damit kann man ja dann durch, dadurch, dass die Grafikkarte immer durch diesen Wert teilt, kann man entsprechend sagen, okay, ich möchte einfach, dass, wenn hier das Werte weg ist, ist das hier dann irgendwann beispielsweise 2, und dann wird es eben, die Grafikkarte teilt dann eben durch diesen Wert, und dadurch wird alles ein bisschen kleiner. Und so kann man die perspektivische Projektion, ja, hinbekommen. Ich werde hier allerdings eine ganz, oder etwas besondere Variante verwenden. Und zwar habe ich hier diesen Blogpost. Vielleicht verlinke ich den, wenn ich daran denke. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir hier das Ganze ein bisschen anders machen können. Ihr seht, der ist eigentlich für OpenGL, aber der ist für Vulcan genauso anwendbar. Beziehungsweise für Vulcan geht es sogar ein bisschen besser, weil hier wurde gerade schon erklärt, beispielsweise, dass wir eben die Z-Range von 0 bis 1 und nicht von minus 1 bis 1 haben wollen. In Vulcan ist es ja automatisch 0 bis 1, von dem her ist es für uns eigentlich perfekt. Und das macht aber tatsächlich ein paar Dinge anders. Und einer der Vorteile ist, dass man kein Z-Fahr angeben muss. Das heißt, standardmäßig, ihr habt ihr hier gerade schon gesehen, müssen wir hier sowohl eine Near-Plane angeben, also was das Nächste ist, was geht und auch was, was am weitesten weg ist, was gerendert wird. Das heißt, alles, was hinter diesem Wert liegt, wird einfach gar nicht gerendert. Und das ist natürlich eher unpraktisch. Also kannst du dir vorstellen, du entfernst dich irgendwie von was in der virtuellen Szene und plötzlich verschwindet es einfach komplett. Dann ist eine der Möglichkeiten, ist halt einfach, dass es nicht mehr innerhalb dieser Projektion hier liegt. Und wenn wir eben hier diese spezielle Variante verwenden, dann brauchen wir eben keine Far-Clip-Plane, sondern wir nutzen einfach die komplette Range von den Floating-Point-Zahlen und das Ganze passt. Es gibt einen Unterschied und zwar ist dann die Tiefen-Koordinate auch umgedreht, aber das sind Dinge, die werden uns erst im nächsten Part tatsächlich interessieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir machen wollen, ist tatsächlich nicht GLM hier zu verwenden, sondern eine eigene Funktion zu schreiben tatsächlich. Und die nenne ich jetzt einfach mal Get-Projection-Inverse-Z. Inverse-Z eben, weil die Z-Achse quasi invertiert ist zu dem, was man normalerweise hat. Dann müssen wir hier angeben, was für ein Field-of-View wir tatsächlich haben. Und den müssen wir in Rad angeben eigentlich. Deswegen benutze ich hier GLM-Radians. Und der konvertiert eben, also dieses GLM-Radians konvertiert von Standard-Winkeln in die Radiance. Und hier können wir beispielsweise ein Field-of-View von, ich weiß gar nicht, 90 oder sowas angeben. Da machen wir nur 80, keine Ahnung. Genau, dann des Weiteren müssen wir hier noch die Breite, wir brauchen eigentlich eine Aspect-Ratio. Was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich hier die Swap-Chain-Größe einfach direkt reingebe. Da muss ich hier nichts rechnen, sondern das Rechnen übernimmt quasi dann die Funktion. Und dann müssen wir tatsächlich, wie gesagt, wir brauchen keine Far-Set-Clip-Plane im Endeffekt, sondern wir brauchen nur eine Near-Clip-Plane. Hier ist wichtig, dass wir nicht Null angeben, sonst haben wir Probleme mit der Precision von, ja, das kann ich noch nicht wirklich gut erklären, weil wir davon auch den Depth-Buffer brauchen. Aber, ja, kurz gesagt gibt es Probleme, für die Grafikkarte zu entscheiden, welches Dreieck vor anderen Dreiecken liegt. Deswegen keine Null angeben, sondern einfach ein halbwegs sinnvoller kleiner Wert. In dem Fall habe ich jetzt hier 0,01. Das ist eigentlich schon relativ wenig, aber hier mit diesem Inverse-C ist das tatsächlich kein Problem. Wenn wir kein Inverse-C verwenden würden, dann ist 0,01 schon recht wenig. Da würde man vielleicht doch ein bisschen mehr nehmen, aber wie gesagt, mit dem Inverse-C ist 0,01 eigentlich gar kein Problem. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ganz kurz definieren und dann sehen wir hoffentlich auch ein bisschen mehr wieder. Das heißt, glm-mat-4 und das also hier cat-project-jection-inverse-C. Dann haben wir hier float, field of view y. Wir haben die Breite und wir haben die Höhe von unserer Swap-Chain. Und dann haben wir noch die z-nearplane. Und hier würde ich sagen, ich kopiere einfach mal ganz kurz den Code. Der stammt größtenteils entsprechend von diesem Block-Post. Eigentlich kann ich, um hier ein ganz netter Bürger zu sein, kann ich hier einfach mal das Ganze noch als Kommentar hinzufügen, damit man auch nicht so verwirrt ist. Wir werden allerdings ein bisschen was anpassen, beziehungsweise das habe ich hier tatsächlich schon angepasst. Das ist nicht ganz das Original, sondern was wir hier gemacht haben, sind zwei Dinge. Ich habe hier minus f angegeben. Im Block-Post steht hier eigentlich f. Das habe ich dafür gemacht, damit wir tatsächlich unsere y-Achse flippen. Dieses Minus bewirkt im Endeffekt einfach, dass unsere y-Achse, unsere 3D-Welt, jetzt nicht mehr von oben nach unten geht, sondern von unten nach oben. So wie man das üblicherweise eher aus der Schule oder sonst was kennt. Und des Weiteren habe ich hier nochmal was angepasst, damit die z-Achse in eine andere Richtung geht. Genau, weil ich habe gerne die z, dass die z quasi nach vorne zeigt, die z-Achse. Und das haben wir entsprechend dann hiermit mit dieser Änderung sichergestellt. Genau, das ist eigentlich alles, was wir hier machen. Das heißt, wir rechnen den Aspect Ratio aus. Hier rechnen wir nochmal was mit dem Field of View aus und dann wird das hier alles verrechnet. Kann man sich herleiten, wenn man will, werde ich jetzt wie gesagt an der Stelle nicht machen. Wer sich weiter damit dafür interessiert, muss halt schauen, dass er da irgendwie Ressourcen zu findet. Es ist wirklich nicht mein Lieblingsthema, deswegen, ja, vielleicht fällt das auch ein bisschen auf. Also wenn manche Erklärungen nicht perfekt sind, dann tut mir das leid. Aber dann fragt lieber nochmal ein paar andere Leute, die euch das vielleicht besser erklären können. Das ist nicht unbedingt mein stärkstes Feld, sag ich mal. Das mache ich jetzt nicht so gern. Ich bin froh, wenn es irgendwann läuft und dann passt das Ganze. Genau, aber wir können das Ganze jetzt mal testen und wahrscheinlich sehen wir noch nicht so arg viel. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, also wir sehen jetzt hier, das muss irgendwie Teil unseres Modells sein, aber irgendwie sehen wir noch nicht so ganz viel. Das liegt daran, unsere Kamera befindet sich an Position 0, 0, 0. Und unser Modell befindet sich, außer dass es ein bisschen nach oben verschoben wurde, auch an 0, 0, 0. Das soll natürlich nicht sein. Wir wollen das Modell ein bisschen nach hinten verschieben. Und dann würde ich sagen, wir machen einfach mal beispielsweise 3 auf der Z-Achse. Wie gesagt, ich habe das jetzt so eingestellt, dass die Z-Achse nach vorne geht. Das heißt, wenn wir hier drei Schritte nach vorne gehen, bedeutet, wie gesagt, das Modell wird nach vorne verschoben. Wenn wir es jetzt starten, müssten wir eigentlich tatsächlich das Ganze jetzt schon angenehm sehen. Genau, da haben wir das Ganze. Was mich gerade etwas wundert ist, dass es doch umgedreht ist. Das hätte eigentlich, hätte das funktionieren sollen. Haben wir noch irgendwo anders? Hm. Okay, das wundert mich gerade. Das sollte eigentlich nicht so der Fall sein. Deswegen ist das höchst interessant. Aber gut, lassen wir es erstmal so. Arbeiten wir erstmal weiter. Ich habe das ja hier vorbereitet. Und da, ja, also normalerweise braucht man den Flip. Aber schauen wir mal. Kann sein, dass wir gleich noch irgendwas anderes machen, was das hier ändert. Sonst sehe ich hier eigentlich nichts, was hier große Auswirkungen haben sollte. Naja, wir können ja auch mal ganz kurz probieren, dass die Achsen jetzt so sind, wie wir das Ganze haben wollen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf der X-Achse nach 1 angebe, heißt es, das Modell sollte jetzt ein bisschen nach rechts verschoben werden. Schauen wir mal, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Genau, ist es weiter rechts. Das ist gut. Und was passiert, wenn wir entsprechend hier auf der Y-Achse, das ist jetzt eigentlich das Wichtige. Wenn wir hier in 1 gehen, wollen wir eigentlich, dass es nach oben zeigt. Dass sich das Modell nach oben verschiebt. Und ja, es verschiebt sich tatsächlich nach unten. Das ist, ach so, ja, nee, ich weiß, ich weiß, was der Fehler ist. Okay, ja, sorry, ich erinnere mich. Ein Glück. Und zwar haben wir hier ja noch die Y-Position negiert gehabt. Weil wir das ja schon mal im Shader quasi selbst behoben haben. Dadurch hatten wir es aber doppelt verändert und damit wieder ausgeglichen. Ja, das gibt sehr viel Sinn, aber ja, da hatte ich nicht mehr dran gedacht. Seht ihr mal. So, genau, starten wir mal. Und genau, jetzt haben wir eben hier das Ganze um 1 nach oben verschoben. Und das Ding hat sich tatsächlich auch nach oben bewegt. Wir sehen natürlich immer noch Rendering-Bugs, aber das ist tatsächlich zu erwarten. Das sieht für mich erstmal richtig aus, was wir hier tatsächlich haben. Oder nicht unbedingt richtig, aber so wie ich das erwarten würde. Sagen wir es mal so. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen näher, das Modell. Ich schaue mal ganz kurz, ob das hier mit einem Abstand von 2 besser aussieht vielleicht. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was wir jetzt noch machen wollen, als eine der letzten Sachen eigentlich, ist, ich hätte jetzt hier gerne nochmal, dass wir das Ganze tatsächlich bewegen. Und dafür werde ich hier einen neuen Time-Channel, sag ich mal, oder eine neue Time-Variable angeben, die einfach nur die Zeit hochzählt erstmal. Und mehr tatsächlich noch nicht macht. Aber jetzt können wir hier entsprechend hingehen und können einfach, genauso wie den Green-Channel-Detail einfach ein bisschen nach oben zählen. Das ist nichts Exaktes oder sonst irgendwas. Das hat jetzt nichts mit Sekunden oder irgendwie irgendwas zu tun. Oder nicht zwingend. Ja, wenn wir flüssige 60 FPS haben. Sagen wir es, das ist von eurer Framerate abhängig, wie schnell das hier geht. Das werden wir sicherlich auch immer noch ein bisschen besser machen, aber für den Moment soll das reichen. Und was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich bei der Rotation-Matrix, geben wir das einfach mal an. Beziehungsweise, ich gebe hier Minus an. Denn ich hätte gerne, wie sagt sich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wo wir gegen den Uhrzeigersinn, wie kannst du das wissen? Das liegt einfach daran, wir nutzen tatsächlich ein Left-Handed-Koordinatensystem. Das kann man sich so überlegen, indem man quasi seine Finger nimmt oder man schaut mal bei beiden Händen. Und mit dem Daumen geht man immer in die Richtung der X-Achse. In unserem Fall geht die X-Achse nach rechts. Das heißt, du nimmst mal die linke Hand, nimmst den Daumen nach rechts. Dann die Y-Achse geht nach oben, also Zeigefinger nach oben. Und dann der mittlere Finger zeigt dann, wenn du ihn nach vorne quasi bewegst, zeigt er in die Richtung der Z-Achse. Und wenn du das Ganze mal ausprobierst mit der rechten Hand, also du machst auch da Daumen nach rechts, Zeigefinger nach oben, dann siehst du, dass dein Mittelfinger tatsächlich nach hinten, also zu dir quasi zeigt. Das heißt, bei einem Right-Handed-Koordinatensystem würde es dann die Z-Achse quasi nach hinten gehen. Und in dem Fall, was ich hier aufgebaut habe, ist Left-Handed. Das heißt, da geht die Z-Achse nach vorne. Und mit demselben Trick kann man auch schauen, in welche Richtung rotiert wird standardmäßig. Und zwar, also mit positiven Rotationen, indem man die Rotationsachse mit seinem Daumen markiert. Und den, ich merke eigentlich, wäre eine Webcam nicht hier für die Folge gar nicht so schlecht gewesen. Und dann schaust du quasi, wenn du, sag ich mal, die sonstigen Finger wie zu einer Faust ballst, dann kannst du schauen, in welche Richtung deine Finger zeigen, die sonstigen Finger. Und wenn du also jetzt hier den Daumen Richtung Y-Achse bewegst, siehst du, dass deine Finger quasi im Ohrzeigersinn orientiert sind. Wenn du das mit der rechten Hand machst, dann siehst du, dass es da gegen den Ohrzeigersinn geht. Ich möchte, dass es gegen den Ohrzeigersinn dreht, aber wir sind hier in einem Left-Handed-Coordinate-System, deswegen gebe ich hier Minus an. Und jetzt schauen wir mal, ob diese theoretische Erklärung auch tatsächlich richtig ist, ob wir tatsächlich was sehen. Und ja, oh Wunder, es dreht sich gegen den Ohrzeigersinn. Sehr schön. Ja, finde ich tatsächlich sehr, sehr cool, denn dieser Schritt, wenn sich endlich mal was bewegt, finde ich jetzt schon ganz cool. Ja, da sieht man mal, wir erinnern nicht nur irgendwelche statischen Bilder, sondern tatsächlich auch was, was man sehen kann. Aber gut, wir sehen auch noch, dass das Ganze noch nicht so ganz richtig gerendert wird. Aber das ist was, was wir tatsächlich dann im nächsten Part angehen wollen, dass entsprechend, ja, diese komische, komische Mischmasch, was hier passiert, noch ein bisschen besser aussieht und ein bisschen kohärenter. Aber wie gesagt, das ist dann die Aufgabe für den nächsten Part. Für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Das war jetzt so ein bisschen, naja, mein Versuch, dich hier so ein bisschen einzuführen in das, was man hier so mit der Mathematik macht und mit verschiedenen Koordinatensystemen und so weiter. Wie gesagt, ich würde empfehlen, da noch mal ein bisschen selbst mit rum zu vorwerken, ein bisschen selbst auszuprobieren, was man so machen kann, wie man was drehen kann und so weiter. Wie du eben Dinge verschieben kannst, skalieren, rotieren, auch um andere Achsen oder so. Dafür solltest du jetzt eigentlich das Rüstzeug haben. Im Endeffekt, wenn du Matrizen aneinander hängen willst, das heißt, wenn du beispielsweise nochmal um eine andere Achse zusätzlich rotieren willst, kannst du das einfach hiermit multiplizieren. Das heißt, du multiplizierst dann die alte Rotation Matrix mit der zusätzlichen Rotation und dann sollte das entsprechend beides angewandt werden. Wie gesagt, kannst du gerne mal ausprobieren. Aber jetzt haben wir immerhin schon mal ein Modell, was sich dreidimensional bewegt. Du siehst auch hier ganz gut, dass dieses Ohr, wenn es hier näher kommt, wird es größer und wenn es jetzt wieder weiter weg geht, dann wird es tatsächlich kleiner. Und ja, wir haben also eine perspektivische Projektion, auch das kann man ganz gut ansehen oder gut erkennen, sagen wir mal halbwegs gut. Und ja, das sind eigentlich wirklich so die Basics jetzt, dass wir tatsächlich 3D-Rendering machen können. Und das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist der Depth-Buffer, aber den werden wir das nächste Mal einbauen. Dann hoffe ich, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und die ganze Erklärung heute hat dir auch halbwegs gefallen und halbwegs geholfen. Das hoffe ich doch sehr. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.